Oh je, ihr fahrt mich jetzt an. Ich hab mal kurz gestoppt, damit ich wenn ich bei der Aufgabe, falls jetzt irgendwas abbricht, nie alles verliere. Wollte ich mal kurz die Aufnahme unterbrochen, wenn ich da annehmen habe. Aber dort ist doch an dem, doch da, wo du jetzt gerade bist, ist doch eins in der Kurve. Kann kein Fahrzeug generieren. Du musst auch mal auf die Freizeit gehen. Ja, ich hab schon genügend. Genau. Hey, kann ich nur neue Sachen bekommen? Kann ich was für dich tun? Moment. Wo muss ich das denn abgeben? Bei Shep Sanders? Na super, wir sind gerade vorbeigefahren. In der Mitte? Ja, in der Ecke, das genau. Was macht denn die da hinten? Ich will das blöde Tagebuch. Achso. Ich steck fest. Bam. Ich steck fest. Ich musste aussteigen und will dann wieder ein Auto suchen. Das kommt davon, wenn man so eine Mist zusammenfährt wie du. Aber hier ist ein Unterschied. Kannst du nicht immer dagegen fahren? Wo ich nicht durchkomme. Wie unfair ist das denn bitte? Kannst du nicht einfach immer dagegen fahren? Ihr habt ein neues Schild. Ich bin ja eh in der Nähe, da kann ich auch hinlaufen. Aber was muss das sein? Habt ihr gehört? Ihr habt ein neues Schild. Äh. 72? Ne, 130 habe ich bekommen. Habe ich auf jeden Fall nicht. Cool. Ich habe 72. Ne. Ich habe nur zwei Schilder. Ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Vielleicht ist eh bloß Geld, wenn du stirbst. Los. Ich bräuchte ihn noch sterben lassen. Ähm, warum habe ich den gerade getötet und ihr habt den getötet. Hallo. Ah, hallo. Alter, ich bin ja ja im Sterben. Hallo. Aber wie, ey. Kurz vorm... Verrecken. Ich muss jetzt wirklich außen rumlaufen, weil ich dann nicht über das blöde Tor springen kann. Das ist ja nervig. Wo ist denn das Ding? Wir sind doch schon hier. Wir können das doch hier schon nehmen. Naja, ich war aber auf der anderen Seite. Ich komme hier nicht rüber. Ich habe mal das Tagebuch genommen, ne? Schieb dich gerade bis durch die Gegend. Ich bin gerade noch rechtzeitig aufgestiegen. Wie schnell ging das gerade? Ich habe gar nicht gesehen, wie der verreckt ist. Ich habe ihn zuplatzen lassen. Sollte, ich werde so lange mitgezogen, bis ich wirklich unten mit beiden Beben auf dem Boot stehe. Marco, willst du mitfahren? Irgendwann habe ich das Gefühl, das ist extrem leise. Nö, ich bin jetzt wieder bei dem Ene Auto. Das ist unfair. Nö, wenn du dich hin teleportierst zum Fahrer sitzt, bist du wieder bei dem Auto. Klar. Ach nö. Du musst ein neues generieren, du Held. Du musst wieder aussteigen. Hahahaha, eine Cookie sitzt immer noch drin. Hier ist eine Battle Rifle, also eine Combat Rifle, Marco. Wo ich gerade bin. Schnell weg hier, schnell weg hier. Da kommt gleich was hinten. Und sie nehmen mich gar nicht richtig wahr. Aua. Wie hast du das Ding freigekriegt? Warum? Du bist auch genauso Held wie ich jetzt. Mit Absicht. Was war wechseln, Benni? Äh, wo, wo liegt das? Da, an der Kiste. Hab ich nie eingesammelt. Hier, an der Kiste. Hier, an der Kiste. Die offene. Ah, okay. Du, ich sag's jetzt nicht. Okay, das ist jetzt ein ganzes Stück weiter. Ja. Ja. Bringt ja nicht ab wie er... Was wollen eigentlich wechseln? Äh, die Ducken-Taste ist wechseln. Okay. Hallo, homo. Nur weil ich ja Ledermaske auf hab. Ja, muss man ja. Das ist doch. Die Waffe ist so größer. Ey, damit triffst du. Ja. Das ist jede Waffe. Wo wollt'n ihr hin? Ihr fahrt hier im Kreis? Das Ding ernsthaft. Hm? Das ist toll, Alter. Ja, ihr fahrt hier im Kreis? Das kommt sogar oben. Uh. Wie man springen könnte. Meine Fresse, wenn ich springen könnte. Du wiederholst dich. Ja, ne. Wenn du das Video siehst, weißt doch warum. Was, wenn ich mir das Video angucke? Ja, ja, weil ich gerade hard faile. Ey, wo soll das sein? Das ist wieder eine Fail-Compilation. Hier hin. Ach, hier. Ach, sei ruhig. Gute hoch und dann... Ich häng's auf. Ich häng' hier irgendwo fest hinter so'n scheiß Tank. Du kannst nicht festhängen, komm wieder raus. Ja, cool. Ich häng' hier auch nicht fahren. Cool, ich hab grad'n 360 gemacht mit'n Auto. Fand keine Trauer. Nein. Ich bin ja ganz langsam unterwegs. Ich habe mich sogar gefreut. Kein Hocker war nämlich bequemer als meiner. Ich schnappte mir den Hocker. Und dann bemerkte ich... Demi hab ich glaube ich die falsche Abfahrt genommen, oder? Ja. Ja. Da ist ein knallhartes Guck. Überfahren, überfahren! Ne, der dahinter. Da haben wir den leuchten in den Augen. Das ist mir schon klar. Dann wird reißen. Bam! Aua! Schön aneinander fahren. Ja, das ist halt so top. Richtig geil. Suchzeit! Echt, liebe Verzüge. Wir treffen das noch. Oh, ich hab Raketen geklaut. Aber wir sind doch jetzt Level 10. Du könntest den Raketen auch jetzt benutzen, oder? Ähm, stimmt. Oder hast du ihn verkauft? Nein, nein. Auch schön, dass ihr wegfahrt. Finde ich echt romantisch. Ich sag das Marco. Ich kann nix dafür. Hier liegt noch ne... ...Support Machine rum. Level 10. Will ich den Namen? Marco... Marco will gerne... ...Gene... ...Rifles haben. Achso, ne? Dann verstoßen ich die. Die nimmt er irgendwie nicht auf. Ich hab ja vorhin auch schon einer gesagt. Er hat auch rückkant ignoriert. Ey, wir sind ja auf Level 14 geliebt. Das ist echt heftig. Man kann das machen. So, Marco, kannst du mal hier wegfahren? Ja. Wie ich bereits sagte. Ihr seid schon am sterben. Lass mich einfach sterben. Ich bin zu weit weg. Ich hab' einen. Ich hab' einen. Ich hab' einen. Ich hab' einen. Sehr cool. Ich hab' einen. 1300, weil Marco nicht fahren kann. So denn? Das ist ein Level 13 Aufgabe, aber es ist nun mal ein bisschen doof. Wo wart ihr denn gewesen? Ziemlich weit weg. Wie haben wir denn überhaupt? Wir haben nur die Aufgaben, die soweit hoch sind. Komisch. Oh nein. Einen Schuss noch. Soll ich hier warten, hinten? Ja, dann übernimm doch eine andere Aufgabe, wenn die die nicht... Ich kann sie nicht übernehmen. Ich würd halt die mit dem niedrigsten Level nehmen. Wir haben eine Level 12er Aufgabe. Hey, nicht so schüchtern! Los, schnapp die Ratschmitz! It's alright! Nein! Schauen Sie unsere Füße! Aber warum haben wir eine alte Füße? Ich hab' dich nicht kapiert. Weil er jetzt so viel Schaden gefressen hat. Da hast du auch ein Lebensentgier fürs Auto. Ja, Leute. Könnte ja langsam noch was anderes sein. Was sollen wir machen? Ach, egal. Das jetzt in die Arena? Ne, ne. Die andere Level 12. Arena macht aber nie so viel Sinn. Aber das ist doch das Gebiet von der Arena, oder? Das lag' grad wie blöde. Ja, irgendwie schon. Hab' ich auch das Gefühl. Boom. Sorry. Was ist die Niedrigs in dem... ...gebiet? Was ich machen kann? Ne, Schnitzenjagd Sniper Rifle wollte ich machen. Ja, stimmt. Das haben wir auch schon mal gemacht. Ne, das ist aber in einer anderen Gebiet. Ist nicht so schlimm. Könnt ihr mal was sagen, bevor die Richtung ändert? Nö. Ich wollt' einfach... Ich wollt' hier jetzt reinfahren. Ich merk' Also... Sag's nur noch mal, dass ich nicht fahren kann, okay? Also... Bitte. Gar nix. Ich kann perfekt fahren. Ich hab's nämlich grad festgefahren. Ha, ha, ha! Warte. Aber ich hab' das hilft euch ein bisschen. Wenn ihr braucht, ihr wirst jetzt die Karre rumdrehen, dann fällt die runter und zack, könnt ihr einsteigen. Mann, 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 Mann. Mann, 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 Mann. Ja, währenddessen tauschen wir sofort Ding. Echt? Zahm, wie absolut. Richtige Typen, ey. Ha, ha, ha! Wieso sollen wir neusten… Sollen wir uns spielsen und was reißen? Die genau mit nem Kampf. Komm, wir reißen erstmal weiter. Hinten am Rumballern, ach komm, was soll's, gehen wir weiter. Wir reißen inzwischen, du kannst den nur erledigen Felix, viel Spaß. Du hast ja weit über das Spiel zum Schneiden bei dir. Wieso, das ist eigentlich ein Let's Play, das soll eigentlich nie geschnitten werden. Aber ist ein Unterschied zwischen, ok, schwacken. Gameplay und Let's Play? Nee. Gameplay schneidet man und Let's Play schneidet man nicht. Zwischen Let's und kleinem. Ich hab'n 127er Shield übrig, will das jemand haben? Ich hab'n. Oder, na was hast du denn für'n Shield? Entschuldigung. Ich hab'n, also ausgerüstet. Nehm, drück weg, kriegst du durch. Äh, bin ich grad geklopft? Ja. Ne, vielen Dank. Ähm, nochmal. Ähm, 127er hab' ich grad so ne. Was hatte ich übrig, ein 127er? Demher bringt's dir gar nix. Ja. Ja. Ja.